Hallo, mein Name ist Thorsten Klimschak, bin 47 Jahre und werbe mich für das Amt des Bürgermeisters in der schönen Stadt Hilden. Klar, in Hilden kann man einiges besser machen, verändern, aber im Großen und Ganzen ist Hilden eine schöne Stadt. Eine Stadt, ich liebe Hilden. Ich komme aus Hilden, bin in Hilden geboren, arbeite in Hilden und möchte gerne in Hilden bleiben. Als Bürgermeister wahrscheinlich oder auch nicht. Ich möchte mich auch bei allen Hildener Bürgerinnen und Bürger bedanken, die Hilden zu dem machen, was Hilden ist. Eine schöne Stadt. Meine Mitkandidaten lade ich gerne in den nächsten Wochen zu mir ins Barock auf ein bis zwei Bier. Gerne auch ohne Spende-1, zwecks Erfahrungsaustausch oder einfach kennenlernen. Aber, und Leute, das Wichtigste überhaupt, bitte geht überhaupt am 13. September wählen, denn es ist für euch, für eure Stadt, für Hilden. In dem Sinne, bleibt weiterhin gesund. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.